Seit über 200 Jahren begeistert der Zirkus Louis Knie Publikum auf der ganzen Welt. Bereits seit 1994 kommt er nach Wien. Einen Tag vor der Premiere des neuen Programms It's Showtime sind wir zum Presse- und Fototermin eingeladen im Neumarx. 60 Leute arbeiten mit bei dieser Show, wie der 22-jährige Seilkünstler Vioris Zoppis aus Italien, Gewinner des Golden Clowns beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo. Oder Nicole Berusek aus Prag mit ihrer spektakulären Hula-Hoop-Darbietung. Ihr Vater war übrigens siebenmal schnellster Keulen-Jongleur der Welt. Spaßmacher Jimmy Folko aus Verona führt durch das Programm und verrät uns, wie man Clown wird. Ja, mein Vater war schon Clown, mein Opa war schon Clown und so gehen wir weiter, die siebende Generation. Ich bin geboren im Zirkus und bis jetzt bin ich noch im Zirkus. Clown sein sind viele, was nur kaufen, Kleider und Schminke, aber ich glaube Clown ist ein Talent. Bist du geboren wie das oder bist du nicht geboren? Und da sehen wir die Resultate, wo habe ich gereist und ganze Welt und wie bin gefragt von den großen Häuser, da sehen wir die Resultate. Acht Generation Zirkusfamilie kann auch die Spanerin Ludmilla Vajja Bertini vorweisen. Ihr besonderes Talent ist die Fuß-Jonglage. Ein weiteres Show-Highlight sind die Stunt-Fahrer der Freestyle-BMS-Riders. Sie zeigen rückwärts Salty und spektakuläre Sprünge mit ihren BMX-Rädern. Bis 5 November ist das Programm ab jetzt bei uns zu sehen.